Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro 20... 2033 und hier ist eine richtig wilde Party am Start, glaube ich. Wir gehen mal zu ihm hier. Na? Okay. Hui! Oh, was zum Lesen. Oh, Munition. What now? Bleib ich jetzt hier einfach drin oder was? Geil. Ah, er feddert immer mich drüber. Ich halte mich fest und... Nee. Junge, we... Äh, äh... Oh. Schnuggelig. Halt, Stock, bitte. Danke. Alles klar, Junge. Ich bin Gepäck. Dezente Werbung für Metro 2033, was man hier so sieht, ne? Also heißt das. Was ist ganz mit mir? Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Hier ist entsprechend. Döhn, Andrew. Sieht auch niemand da drin, dass da einer ist, ne? Top Versteck. Alles klar. Ich mach das schon, Alter. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017. Ich kann es jetzt langsam losgehen, das wäre voll nett. So viele Plätze hat das Ding ja gar nicht, ne? Aber wird schon. Okay. Okay. Ich habe meine politischen Beziehungen gefolgt. Wie für mich? Ich bin für das alles. Wie für dich? Ich? Ich bin in der Beziehung, sie sagten. Ich sehe den Welt, sie sagten. Mein Vater war ein Schroer-Armee-Soldier. Und auch sein Vater. Das ist die Familie tradition. Also erzähl mir das. Ist das auch deine Tradition, zu verlieren Arm und Legen auf der Krieg? Sie waren froh, dass diese Angriffe gemacht haben. Natürlich. Drunk und Fuss sind froh, auch. Es ist eine schwarze Kapsule in meinem Ammo-Pouch. Was ist das? Dann... Antibiotik? Nein. Es ist Cyanide. In der Falle der Krieg dich holt. Was? Aber... Gott verbindet Suicide. Ich gehe direkt zur Höhe. Hör, Alter, Junge. Ein Nazi-Präsoner wird in der Höhe. Vertraue mich. Die Pille ist schneller. Ich könnte nie mein eigenes Leben nehmen. Dann gib mir deine Pille. Ich würde lieber zwei schwimmen, als einen der Stalax. Oh, okay. Oh, nett hier. Tja, ob das jetzt auch so ist, weiß man nicht, oder? Geiles Lied. Oh, fuck. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Oh, okay. Hä? Ich hab' das nicht geholt. Ach, hier hab' ich das. Warte mal. Ach, das ist die Shotgun. Oh, hier hab' ich keine Muni für. Das ist natürlich sehr gut. Hm. hmm Das ist jetzt, äh, ja. Geh mal hier runter, ne? Oh. Lol. Panzerboy, Alter. Ich kann nicht, Junge. Ich hab da nichts gemacht. Was sagt denn eigentlich mein Kompass? Geradeaus. Ja, also mein Kompass, das sagt. Wird's wohl stimmen. Oh, shit. Alter. Hä? Ich geb hier Waffe. Äh, Munition meine ich. Danke. Oh, nö. Oh, Alter. Jetzt geht's aber ab hier, du. Alter. Okay, tot. Ich hab keine Ahnung. Weil vorbeischleichen würde doch nichts. Also, das kannst du mir nicht erzählen. Hier ist jetzt Krieg. Oh, ich hab... Warte mal. Maybe... Hab ich eine Idee. Vielleicht ist ja auch doof die Idee, aber... Oh, scheiße. Ah. Da. Ja, das ist halt zu weit weg. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab... Weil die Waffe funktioniert ja irgendwie nicht mehr. Alter, das ist doch scheiße. Das gefällt mir nicht mehr. Okay. Alter, als ob da nicht die meisten von gestorben sind. Hier. Nicht aus, Junge. Oh. Okay, der ist schon mal tot. Warte, wenn wir mal eben was rein hier. Also er ist tot, ja, dann. Mein Gott, ein Schuss reicht. Nicht nachladen wieder. Scheiße. Jetzt, ob ich den nicht treffen kann. Ammonition, please. Ammonition, please. Ammonition, please. Ammonition, please. Tötlicher Beinschuss, Trevor. Da weißt du Bescheid. War hier nicht auch noch einer irgendwo? Nice and delicious, würde ich sagen. Mal auf hier. Nehmen wir alles mit. Das ist doch nicht das Doof. Aber ist auch immer blöd. Immer mal gucken, wo man hin muss, ne? Immer gucken, gucken, gucken. Ich muss weiter da hin, aber ich glaube, ich muss hier runter, weil... sonst komme ich da nicht hin. Für Ehre, Junge. Ist er noch am Leben? Ne, stopp, der ist tot. Okay. Naja, wir gehen mal weiter. Oh, was haben wir denn hier? Schön. Reicht das? Ich schieße einfach mal, ne? Ja, überhaupt kein Problem. Das ist jetzt nicht so, als ob ich es sehen würde, wo hier Gegner sind, aber... Mein Gott. Danke. War nett. Junge. Verrückt. Was soll ich machen, ey? Ja. Oh, wir laufen hier einfach durch. Ist egal jetzt. Ich bin nicht so sicher, ob der nicht auf mich geschossen wird. Oh. Der geht sehr tief runter. Ein Panzer. Da shootet einer auf mich. Ich glaube, kann ich mich hier aber nicht treffen. Das heißt, wir müssen immer im Schutze des Schutzes hier langlaufen. Um uns daran zu schleichen. So. Scheiße, warte kurz. Ne. Okay. Ja, ui. Einmal mal, ne? Oh. 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 Scheiße. Alter, Junge. Oh, nachladen. Und weg hier. Fuck, ich bin tot. Oh, shit. Alter, was? Ne? Weißt du Bescheid? Was zum verfickten... Ach komm, Alter, wieder von hier, Mann. Da hab ich keinen Bock drauf. Deswegen ist die Folge jetzt zu Ende. Siehst du ja kurz, ist mir egal. So. Keine Lust, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Tschüss.